Hallo, ich bin Mike. Wie viele andere Menschen bin ich kurzsichtig und sehe in der Ferne unscharf. Weil mein Auge zu lang ist, werden Objekte nicht scharf auf der Netzhaut abgebildet. Mit einer Brille oder Kontaktlinsen kann man das korrigieren. Aber weil mich das ständig gestört hat, wollte ich eine dauerhafte Lösung. Ich hätte meine Augen lasern lassen können. Dabei muss mit einem Laser Gewebe an der Hornhaut abgetragen werden, um die Kurzsichtigkeit zu korrigieren. Aber ein Nachteil, bei Dämmerung und Dunkelheit würde ich dadurch oft streulichter sehen. Außerdem kann sich die Hornhaut über die Jahre verändern. Dann müsste ich wieder eine Brille tragen. Deshalb habe ich mich entschieden, mir implantierbare Linsen, die ICL, einsetzen zu lassen. Die ICL wurden mir während eines Dämmerschlafs implantiert. Sie sind hinter meiner Pupille und deshalb von außen unsichtbar. Mit meinen neuen ICL-Linsen sehe ich kaum Streulichter. Ich spüre sie nicht und sie können jederzeit wieder entfernt oder ausgetauscht werden. Endlich kann ich alles machen, ohne dass ich auf meine Brille achten muss.